Finanzierungsvermittler oder zur Bank? Wo bekomme ich bessere Konditionen und was ist vielleicht meine erste Anlaufstelle? Darüber spreche ich mit Markus Wahle. Markus ist Finanzplaner, Vermögensverwalter und Nachlassplaner und eigentlich der Top-Ansprechpartner genau für diese Frage. Markus, vielleicht einmal, um den Rahmen zu schaffen, was macht eigentlich ein Finanzierungsvermittler? Ja, die Tätigkeit des Finanzierungsvermittlers ist eigentlich schon in dem Wort erklärt. Finanzierungsvermittler. Sein Job ist, eine Finanzierung zu vermitteln. Das heißt, der Kunde sagt, ich möchte nicht zu meiner Bank gehen, sondern ich möchte ein breiteres Spektrum haben am Markt und suche sich einen Vermittler. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten hinzufinden. Und der hat einen Auftrag aufgrund der Unterlagen, die ich ihm einreiche, also die Unterlagen der Immobilie und aufgrund meiner Bonitätsunterlagen, die ich einreiche, die für mich günstigste Finanzierung am Markt zu finden. Und warum? Warum geht man zum Finanzierungsvermittler? Also ich kann ja auch jetzt mehrere Banken auch ansprechen und versuchen, auch eine Bankbeziehung aufzubauen. Warum gehe ich zum Finanzierungsvermittler? Oder wann kommt das in Betracht? Ich selbst habe ja auch die Zulassung schon ewig und weiß halt, also schaue natürlich auch hinter die Kulissen und sehe auch, wer macht das und wer macht das nicht. Das heißt, für mich ist es ganz einfach. Wenn jetzt zu mir ein Kunde kommt und sagt, Max, ich kaufe mein Einfamilienhaus, das Einzige, was ich kaufen will im Leben, also von mir jetzt ein Finanzbankskunde, dann rede ich mit der Hausbank und schaue parallel mal in meinen Tools nach, was es so online deutschlandweit gibt. Da geht es nur um eine einmalige Finanzierung und um die Top-Kondition. Dann kann ich sowas mal machen. Wenn ich aber, und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn ich aber langfristig Mobilen aufbauen möchte, also mehr als eine Mobil oder zwei, und ich möchte nicht limitiert werden bei den Banken mit meiner Bonität, sondern ich möchte aufgrund meiner Struktur, die ich aufbauen möchte, also meins Investmentvolumen, aufgrund meiner Investmentstory, 5, 6, 7, 8 Wohnungen vielleicht haben. Wenn es über 10 oder 20 oder weiter skalieren, dann muss ich ja raus aus der reinen Bonitätsbetrachtung, außer ich habe 500.000 Euro Nettojahreseinkommen. Selbst dann bin ich irgendwann limitiert, weil ein Finanzierungsvermittler ja nur online meine Daten in ein System eingibt, ein Computer basiert, kommen dann da verschiedene Banken raus mit grün, gelb, rot, die mich finanzieren würden. Da habe ich aber keine Chance, mich zu präsentieren als Person, als Investor. Da kann ich dort meine Strategie, meine Investorenbroschüre, alles nicht darstellen. Also für mich ganz klar, in meiner Welt, jemand, der zu mir auch kommt, hier bei Immocations Coaching sagt, soll ich über Finanzierungsvermittler arbeiten oder zu Banken, dann sage ich generell, okay, möchtest du limitiert sein oder wo möchtest du hin? Also für einen Investor ist für mich ein Finanzierungsvermittler absolutes No-Go. Weil ich ja meine Entwicklung, meine Firmenentwicklung, jemand anderem übertrage, dessen Job das gar nicht ist, mich groß zu machen, sondern sein Job ist es mir, ein Darlehen zu vermitteln. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist einfach nicht sein Job. Ja, so das heißt, im Umkehrschluss kann ich nur jedem raten, der mehr als zwei Wohnungen zum Beispiel erwerben will, sich selbst um Banken zu kümmern. Das ist die Eigenverantwortung hier auch. Ich setze dafür raus, dass ich alles Mögliche fertig gemacht habe, in der Vorbereitung meinen Businessplan und dann zur Bank gehe und dort eine Beziehung aufbaue. Okay, das heißt für uns als Immobilieninvestoren, für die, die noch einiges vorhaben, ja, die die erste Prämisse eine Beziehung zu der Bank aufbauen, sich vorstellen, im Optimalfall mit der Bank auch länger zusammenarbeiten, als irgendein Bankenhopping zu machen oder dem besten Zins hinterher zu laufen und dann über einen Finanzierungsvermittler zu gehen. Genau, also dieses Zinsdenken, da haben wir auch schon oft darüber diskutiert ja, ist wirklich was für jemanden, der sagt, okay, einmal im Leben werde ich mein Einfamilienhaus kaufen und da ist mir egal, welche Bank das ist, da will ich nur den besten Zins. Kann ich nachvollziehen? Habe ich auch schon für Kunden mal gemacht. Nur sobald ich skalieren möchte und mehr haben möchte, als mein Nettoeinkommen mir zur Verfügung stellen würde, nach normalen Bankendenken, brauche ich den persönlichen Kontakt. Natürlich brauche ich auf Dauer auch mal eine zweite und dritte Bank, wenn ich wachsen möchte. Aber am Anfang brauche ich die eine gute Bank, die mit mir den Weg gehen möchte. Weil der Zins ist ja immer Spiegelbild des Risikos, was die Bank mit dir sieht. Ja, man muss jetzt nicht denken, dass man online generell bessere Konditionen kriegt langfristig als bei einer Offline-Bank, also bei der klassischen Bank. Oder dass man jetzt, ja, es gibt ja freie Vermittler, es gibt Konzerne, es gibt Strukturvertriebe und sowas. Da gibt es jetzt da keine Unterschiede. Die Frage ist nur, wo will ich hin? Das ist für mich entscheidend. Für mich wäre es viel einfacher, wenn ich viele Kunden, die zu mir kämen, sagen, ich mache schnell eine Online-Finanzierung. Das geht ja zeitlich recht schnell. Und das ist, wenn man viel Erfahrung hat, gut verdientes Geld. Nur ich blockiere ihn damit seine Zukunft. Und das ist das, wo ich immer so ein bisschen reingrätsche und sage, nee Leute, wenn ihr skalieren wollt, müsst ihr selbst zur Bank. Bitte, macht das.